hallöchen ja das war eigentlich ganz anders geplant ich habe mein fast volles skizmo hier gefilmt es gibt doch noch ein schöner ansicht aber zum einen ich habe zu lang gelabert weil das video ist auf eine stunde und 15 hingekommen und jetzt macht das programm irgendwie nicht mit ich habe movie maker das ganz professionelle kostenlose programm und wie ihr lesen könnt wirklich eine stunde 14 und plötzlich aber ich kann es nicht mehr auf meinen rechner abspielen so dass ich habe ich habe zweimal abgespeichert weil ich zuerst dachte ich habe einmal blöd abgespeichert dass dasselbe derselbe datei typ immer für hochauflösende anzeige und da kommt das kann diese datei nicht wieder geben ja mir stützt den code nicht ich weiß nicht was das bedeutet und dadurch gibt es jetzt nur trockene ankündung ich wollte es ein bisschen schöner halten für euch sage ich jetzt mal dass ihr halt nicht nur das kurz habt aber es geht gerade nicht anders es tut mir leid aber ich kann ja immerhin schon mal was zeigen woran ich gerade arbeite und was fast fertig ist es kommt nur noch ein bisschen was auf den boden so dass man halt sieht dass sie zum beispiel die boden grad vereist und mit den nächsten hingegen kommen hin klatschen und hier bei ihr muss die eigentlich die restliche kleidung noch schwarz werden und die kette so ein bisschen ich habe auf meiner facebook seite gefragt wie ich mehr interaktion haben könnte weil auch wenn ich letztlich eigentlich nur für mich zeichne ich würde gerne mein ego zu geben gewissermaßen ein bisschen füttern durch kommentare und likes und man kommt ich hätte ich finde man ich komme mir so ein bisschen blöd vor wenn ich halt versuche regelmäßig zu updaten aber dann ist so ziemlich funkstille und deswegen habe ich gefragt und dann kam der vorschlag dass ich mal zeige wie ich bei den artwork her wirklich von skizze über lines bis vor allen dingen zu color weil das hat mein kleines asem ist und ich habe kurz überlegt und warum nicht es war zwar echt dezent anstrengend für mich aber ich versuche mal wenigstens alle zwei wochen einen neuen teil zu machen und dabei will ich auf drei sachen eingehen pro ich weiß nicht wissen weil ich würde zuerst so allgemeines machen sag ich mal wo es halt noch relativ simple pose wird wo ich einfach über was geht denn es gibt hier und klein vermutlich werde ich mal immer zusammen machen weil leidens geben bei mir echt flott ich weiß nicht warum das so gehasst wird und kollar definitiv als ein einzelpart weil das ist meine wissenschaft für mich und ich habe da sehr viel zu erzählen sage ich euch leute und dieser part wiederum nicht dieser part diese video reihe wiederum will ich in drei teile machen also insgesamt vermutlich sechs teile einmal wie gesagt dieses basic ding sag ich mal dann das fortgeschritt nachher mit effekten und einer dynamischen pose was vermutlich in kopf ausatmen und interaktion also vorerst zwei machen eventuell auch mehr wobei ich sagen muss ich komme erst gerade selbst erst mal in zwei personen langsam rein aber es wäre bestimmt vermutlich sehr lustig zu sehen wie ich selbst abkacke beim video und dann versuche euch aber wiederum zu zeigen wie man es machen könnte hört sich schon wieder lustig an dass ich bock drauf kriege und dann ist es halt nicht so dass ich bei jedem noch mal einzeln auf gehe warum es gezielt so oder so sondern beim ersten halt allgemein über skizzen und vor allen dingen körpersprache dann beim nächsten warum weil ich bei effekten dann vermutlich zum beispiel mit feuer arbeiten werde oder ein bundes hereinfallen das nicht also vermutlich sehr stark dass eine kampfbose wird es einfach meine macke und dann halt warum so und anders und dann beim letzten halt noch mal noch mehr wert auf körpersprache und mimik und warum hat diese person jetzt zum beispiel diese komisch komisch wirkende handhaltung so dass dass man halt versucht nur mit ihrer pose schon eine kleine story zu erzählen und ja die kamera wackelt es tut mir leid aber es hat damit zu tun dass ich die in der hand halte weil ich einfach immer noch keinen wirklichen weg gefunden habe wie ich die befestige vor allen dingen da ich halt sehr sehr gern schrägstrich am liebsten auf a4 arbeite braucht man halt auch eine gewisse höhe und das ist dann wiederum schwer zu filmen wenn ihr da ideen hat bitte raus damit ach ja und zu meiner location sag ich mal ich sitze vor dem fenster also vor mir irgendwas befestigen wird schon mal nichts so dass das licht halt auf meinen platz fällt vor mir rechner und ja stifte dreck ich muss gleich aufräumen und ich mag am wochenende weil meine freundin geburtstag hat also ja das das zweite problem ist dann halt immer platzbedingt weil das war's und ich muss halt immer so alle paar minuten videos drüber laden auf meinen rechner weil der sonst abkackt wenn ich mehrere lange mache zumindest war das sonst immer der fall und das zweite wo ihr vielleicht aushalten könntet wenn ihr was habt schneid software also wegen film wie gesagt ich habe hier das kostenlose movie maker und es geht als basic aber ich hätte gern ganz gern mehr spieler rein und bitte schreibt dazu was ihr benutzt auch kostenpflichtiges ist mir scheißegal und falls die option ist würde ich am liebsten sofort kauf haben also sprich kein zahlabo ich hasse zahlabo ich möchte diese geldprobleme weg haben und nicht immer und immer mit mir rumschleppen und wenn es nur fünf euro sind manchmal sind es fünf euro die man den monat braucht deswegen wäre ganz lieb wenn ihr das da lassen könntet wenn ihr was von freunden bist oder so haut es da rein ich gucke mich da um und ich dachte mir einfach bevor ich selbst erst mal fünf stunden im internet verzweifeln da hocke könnt ihr mir ja da was da lassen und nein photoshop geht nicht ich bin nicht reich ich bin ein armer azubi und ja das war's wie gesagt ich war jetzt eigentlich ein bisschen schmackhafter machen mit ein durchblick durch meinen marker buch aber es wurde einfach nichts datei sagt nein und ja leider die neun stunden die es gebracht hat zum abspeichern ich kann kotzen jedenfalls ich hoffe ihr freut euch ich bin auf jedenfalls ein bisschen aufgeregt und wie gesagt ich versuche in zwei wochen dann das nächste video rein raus zu holen wenn ich meine zwei urlaubstage bekommen hätte ich fünf tage ineinander frei und dann wäre das eigentlich doch dezent möglich und ich hoffe hoffe ich habe glück nächste woche und bekomme die zwei tage weil dann habe ich halt wie gesagt die fünf tage ineinander frei und das wäre echt geil und nein ich arbeite immer sonntags also außer einmal im monat deswegen ist so wochenende was ist das ich will diese fahrt was die zurück ich muss dafür los tag auf waren auch bei feiertagen ich habe nicht den best lagen und ich höre es lieber auf bevor ich in voll richtigen heul modus komme wenn es dann wirklich ein richtiges mini richtig heftiges mini ach ja und letzte frage hättet ihr bock auf live streams das klärt zwar immer noch nicht meine heiterungsfrage bis dahin wird mir schon was einfallen aber ich habe es ja immer wieder versucht nur ich bin eigentlich am liebsten so mittags nachmittags da weil abends mache ich mich dann wieder fertig für arbeit bevor ich dann los muss deswegen ist für mich halt so abendoption ein bisschen kacke mein neben dem deshalb mal nicht abends jetzt auch nicht so der burner ist das zeitverfühl ein bisschen kacke ist weswegen ich eigentlich lieber tagsüber machen würde nur weil ich habe meistens eher in der woche frei und arbeiten ja die meisten deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig also lasst doch mal eure wünsche da und ja ich muss jetzt die nächsten feiertage arbeiten ich kann da nicht spontan machen ich werde deprimiert auf facebook gucken wenn ich überlese ja schönes wochenende am arsch ich erlebe so ein bisschen an den öffis die haben so tolle zeiten feiertage ich freue mich genießt die ruhe für mich mit ok schönen tag noch lasst euch nicht ärgern ich freue mich auf die kleine video reihe und hoffe so ein paar gefällt und kommt gut an man hört und sieht sich